Wenn du auf der Suche nach einem kabellosen Nasssauger bist, der dir im Haushalt das Leben leichter macht, dann bist du hier genau richtig. Heute stelle ich dir 5 erstklassige Modelle vor, die nicht nur kraftvoll sind, sondern auch eine echte Zeitersparnis bieten. Egal ob du Teppiche, Fliesen oder Hartböden reinigen möchtest, diese Nasssauger meistern jede Herausforderung. Also, ohne weitere Verzögerung, lass uns direkt in die Details eintauchen. Schau dir gerne die tagesaktuellen Preise, Kundenbewertungen und weitere Infos über die Links in der Videobeschreibung an. Beginnen wir mit dem Yon ED12. Dieser Nasssauger fällt sofort durch seine kompakte und benutzerfreundliche Bauweise auf. Was diesen Sauger besonders macht, ist seine Kombination aus Saugen und Wischen, die es dir ermöglicht, in einem einzigen Schritt für saubere Böden zu sorgen. Der Yon ED12 ist extrem leicht und einfach zu manövrieren, was ihn perfekt für kleinere Wohnungen und verwinkelte Räume macht. Besonders hervorzuheben ist die Akkulaufzeit, die dir eine anständige Nutzungsdauer ohne lästiges Aufladen zwischendurch ermöglicht. Auch die Selbstreinigungsfunktion verdient Beachtung. Auf Knopfdruck wird die Bürstenrolle gereinigt, was nicht nur die Reinigung erleichtert, sondern auch die Lebensdauer des Geräts erhöht. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes schauen wir uns den Eureka New 400 an. Mit seiner starken Saugleistung und robusten Verarbeitung ist der New 400 ein verlässlicher Helfer, besonders bei hartnäckigen Verschmutzungen. Dieses Modell ist ideal für Haushalte mit Kindern oder Haustieren, da es mühelos Tierhaare und Krümel aufnimmt und zugleich den Boden sanft reinigt. Eine interessante Besonderheit des Eureka New 400 ist die integrierte Wasserdosierung, mit der du die Feuchtigkeitsmenge individuell anpassen kannst. Perfekt für empfindlichere Böden, die eine schonende Reinigung benötigen. Zudem bietet er einen großen Wassertank, was bedeutet, dass du weniger Zeit mit dem Auffüllen verbringst und mehr Zeit für die eigentliche Reinigung hast. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zum Dreamer H12 Pro. Wenn du auf der Suche nach einem echten Kraftpaket bist, ist der Dreamer H12 Pro genau das Richtige für dich. Dieser Nasssauger verfügt über eine außergewöhnlich starke Saugkraft und eignet sich daher optimal für größere Flächen und besonders verschmutzte Bereiche. Ein Highlight dieses Modells ist die intelligente Schmutzerkennung, die automatisch die Saugleistung anpasst, je nachdem wie stark der Boden verschmutzt ist. So sparst du nicht nur Energie, sondern auch Reinigungszeit. Auch das Handling ist bemerkenswert. Der Dreamer H12 Pro liegt gut in der Hand und lässt sich leicht durch die Räume steuern, auch dank des schwenkbaren Kopfes. Dazu kommt eine Selbstreinigungsfunktion, die die Bürstenrolle während des Betriebs reinigt und so für eine konstante Leistung sorgt. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit dem Tineco iFloor 5. Tineco ist bekannt für innovative Haushaltsgeräte und der iFloor 5 macht da keine Ausnahme. Dieser Nasssauger punktet mit einer leichten Bauweise und einer flexiblen Handhabung, was ihn besonders benutzerfreundlich macht. Was ihn jedoch wirklich auszeichnet, ist die leise Betriebsweise, ideal für Haushalte, in denen Ruhe ein wichtiger Faktor ist. Der Tineco iFloor 5 bietet eine Zweitanktechnologie, bei der Schmutzwasser und Frischwasser getrennt werden. Dadurch reinigst du immer mit sauberem Wasser, was für eine besonders hygienische Reinigung sorgt. Ein weiterer Pluspunkt ist die kurze Ladezeit des Akkus, wodurch der iFloor 5 schnell wieder einsatzbereit ist. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Zum Schluss haben wir den Tineco Floor 1 S5. Dieses Modell setzt neue Maßstäbe in Sachen Nassreinigung. Der Floor 1 S5 ist mit einer intelligenten Bodenanpassung ausgestattet, die automatisch erkennt, ob der Boden eine stärkere Reinigung oder nur eine leichte Wischpflege benötigt. Das spart nicht nur Energie, sondern sorgt auch für ein optimales Reinigungsergebnis. Besonders beeindruckend ist der große Akku, der für eine lange Laufzeit sorgt, ideal für größere Häuser oder Wohnungen. Der Tineco Floor 1 S5 bietet zudem eine beeindruckende Selbstreinigungsfunktion, die nach jedem Reinigungsvorgang die Bürstenrolle gründlich reinigt und so das Gerät optimal pflegt. Dank der App-Steuerung kannst du den Status und den Ladezustand jederzeit einsehen, was dir zusätzlichen Komfort bietet. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung.